Seit drei Jahren bieten wir den Camper die Möglichkeit an, bei uns zu übernachten zu dürfen. Und damit zeigen wir diesen Gästen natürlich auch die Landwirtschaft. Und sie haben die Möglichkeit, bei uns auf den Hof hineinzuschauen. Sie dürfen auch mithelfen, wenn sie das wollen. Und es ist für uns eine Bereicherung, diese Leute zu begrüssen hier oben. Wir lernen dadurch ganz viele tolle Leute kennen und die kommen unterdessen von der ganzen Welt zu uns.